Das Fußregiment der Preobraschenskischen Garten hatte die Wache im Winterpalaste bezogen. Es war im Frühsommer, aber die Zarin Katharina II. schien noch immer nicht daran zu denken, das festliche Petersburg mit dem idyllischen Landaufenthalt von Zarskoje Selo zu vertauschen. In der geräumigen, weißgetünigten Wachstube schliefen die Soldaten sitzend, aus Furcht ihre großen, festgewickelten Zöpfe zu beschädigen. In dem kleinen, anstoßenden Offizierszimmer lagerten Leutnants und Junker von den verschiedensten Regimentern um einen langen, schmierigen Tisch und spielten once et demie. Sie spielten bereits den ganzen Nachmittag und spielten bis in die Nacht hinein, bei dem spärlichen Lichte einer kleinen Öllampe, welche von der russigen Decke herabhing. Nur einer spielte nicht. Es war ein junger, schlanker Offizier mit blühendem Gesicht und großen, hellblauen Augen, unter dunklen Wimpern und dunklen Brauen, welche sich beinahe kokett von dem weißen Toupet abhoben. Er saß, die Beine weit von sich gestreckt, die Hände nach rückwärts in die Taschen seines grünen Uniformrocks versenkt, in einer finstern Ecke und starrte vor sich hin. Jetzt verließ auch ein Zweiter den Spieltisch. Er atmete auf und blickte um sich. Dann näherte er sich dem Kameraden in der Ecke. Du spielst nicht mehr, Kolthoff, begann er, die Hand auf seine Schulter legend. Nein, und du? Ich bin fertig, erwiderte der Zweite. Ich habe alles verspielt. Ich auch, sprach Kolthoff. Aber bei dir, mein lieber Lapinski, bedeutet dies im Grunde nichts oder doch nicht viel. Eine Karambole mit deinem teuren Vater eine Sittenpredigt und damit gut. Ich bin ruiniert. Ich habe entsetzlich viele Schulden, wie du weißt, und keinen Vater, der sie zahlen würde, nicht einmal einen Onkel, den ich beerben könnte. Ich habe heute meine Gage verspielt, in der wahnsinnigen Hoffnung, das Glück könnte mir lächeln und mir ein paar tausend Rubel in den Schoß werfen, wie neulich dem Grafen Soltikow. Und jetzt stehe ich da ohne eine Kopeke. Und in ganz Russland gibt es niemand mehr, der mir eine Kopeke leiht. Mir bleibt also nichts übrig, als mich zu erschießen. Hör mir auf, erwiderte sein Freund. Wie du richtig bemerkt hast, gilt es nur eine Karambole mit meinem teuren Vater und wir haben Geld. Das heißt, du hast Geld. Nein, wir. Ich kann doch nicht. Was kannst du nicht? Von deinem Geldleben, sprach Kolthoff. Die Ehre gebietet mir, mich zu töten. Ah, ich glaube, du hast zu viel getrunken, erwiderte Lapinski, die Achseln zukennt. Aber sage mir lieber gleich, wie viel du brauchst. Es geht in einem. Kolthoff schwieg. Nun, wenn du durchaus nicht willst, sprach Lapinski ärgerlich, ich dränge meine Liebe und Freundschaft niemandem auf. Damit stülpte er den dreieckigen, goldbordierten Hut so heftig auf seinen wohlgepuderten Kopf, dass eine weiße Wolke aus demselben emporwirbelte und verließ spurenklärend die Wache. Als er jedoch vor dem niedrigen Tore seines Wohnhauses stand und bereits den Klopfer in der Hand hatte, da fielen ihm die Worte seines Kameradens schwer und beängstigend auf die Brust. Er kehrte um und ging mit raschen Schritten zu Kolthoffs Wohnung, sprang über die Planke, welche den Hof derselben umfasste, und die morsche Holztreppe empor. Durch die Türe seines Freundes fiel ein weißer Streifen Licht auf die Diele. Er war also gleichfalls nach Hause zurückgekehrt und noch wach. Lapinski klopfte. Keine Antwort. Er klopfte stärker und rief zugleich, Um Gottes Willen, mach auf! Geld! Es ist Geld da für dich! Nun hörte er Schritte. Dann wurde eine Lade zugeschoben, dann öffnete Kolthoff. Lapinski erschrak über die Veränderung, die in so kurzer Zeit mit seinem Freunde vorgegangen war. Das Haar hing ihm wirr in das bleiche Gesicht. Die Augen waren tief in ihren Höhlen eingesunken und zeigten ein unheimliches, unruhiges Feuer. Lapinski hatte instinktmäßig, als wenn er ihn von einem Vorhaben abhalten wollte, seine Hand ergriffen und blickte verstört im Zimmer umher, ohne dass er etwas Verdächtiges entdecken konnte. Dann näherte er sich rasch dem Tische, welcher in der Fensternische stand und auf dem Kolthoff zu schreiben pflegte. Dieser machte eine Bewegung, aber schon hatte der Kamerad eine Lade hervorgezogen und in derselben die Pistole entdeckt, deren Hahn noch gespannt war. Also wirklich! Stammelte Lapinski, mehr vermochte er im Augenblicke nicht. Beide schwiegen einige Zeit. Dann nahm Lapinski das Wort. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dir Geld schaffen will? Ich erkenne deine treue Freundschaft von ganzem Herzen an, erwiderte Kolthoff, aber ich bin nicht imstande, auf fremde Kosten zu leben. Es handelt sich ja bei mir nicht um momentane Hilfe. Es fehlt jede Aussicht für die Zukunft. Und wenn ich auch von Brot- und Wasserleben und Spiel und Frauen für immer abschwören will, wie soll ich von meiner elenden Leutnantsgage meine Schulden zahlen? Zuletzt wird mir doch nichts übrig bleiben als eine Kugel. Sollte es wirklich keinen anderen Ausweg mehr geben? Sprach Lapinski. Lass uns nachdenken, aber versprich mir vor allem nichts gegen dein Leben zu unternehmen, ehe unser Witz sich nicht erschöpft hat. Gib mir die Hand darauf. Unter Bedingungen, entgegnete Kolthoff. Gut, entschied der Erstere. Wenn wir binnen einem Monat zu keinem Resultate gelangt sind, steht es dir frei. Mich zu erschießen? Zu erschießen, zu ersäufen, zu vergiften, Rädern zu lassen, was dir besser gefällt. Abgemacht. Die Kameraden schüttelten sich herzlich die Hände. Aber was hast du für ein Projekt, begann Kolthoff. Vor der Hand noch gar keins, erwiderte Lapinski. Aber mir ist nicht bang darum. Gäbe es etwas erfinderischeres auf der Welt als das Hirn eines Leutnants? Also gib Acht. Fangen wir gleich mit dem Kühnsten an. Stürze Orlov und schwinge dich zum Günstling der Zarin auf. Was fällt dir ein? rief Kolthoff. Warum nicht, meinte der Kamerad. Die Geschichte ist nur halb so gefährlich wie das Erschießen. Du bist ein hübscher Junge, es muss dir gelingen. Kolthoff antwortete mit einem lauten Lachen. Warum lachst du? Fuhr Lapinski fort. Heutzutage ist alles möglich, alles, sage ich dir, das Wunderbarste und Seltsamste, genauso wie zu Zeiten des Kalifen Harun al-Raschid. Aber ich sehe, zu einem solchen Waagestücke hast du nicht den Mut. Oder ist Katharina die Zweite vielleicht nicht ganz nach deinem Geschmack? Ziehst du die schwarzen Augen vor? Genug des Spaßes, sagte hierauf Kolthoff. Der Weg, den ich gehen soll, muss vor allem ein ehrlicher sein. Hm, Lapinski sah nach. Ich hab's, schrie er plötzlich auf. Ich hab es, du musst heiraten. Heiraten? Nein, da will ich mich lieber erschießen, erwiderte der Leutnant mit dem Ausdrucke wirklichen Entsetzens in dem jugendlichen Gesichte. Verloren bist du einmal, lachte der Kamerad. So wähle mindestens die angenehmste Todesart und heirate. Angenommen, ich könnte mich entschließen, sprach Kolthoff. Wo fändest du eine Frau für mich? Eine reiche Frau, die dem armen, verschuldeten Offizier die Hand reichen würde. Nichts leichter als das, erwiderte Lapinski. Ein armes Mädchen zu finden, das dich nimmt, aus purer Liebe nimmt, das hielt er schwer. Unsere Fräulein von altem Adel und leerem Geldsack spekulieren sämtlich auf Generäle oder mindestens auf einen reichen Bojan vom Lande. Aber eine Dame, die selbst ein großes Vermögen hat, kann sich schon den Luxus gestatten, einen Mann zu nehmen, den sie liebt. Kolthoff lächelte. Du hast vielleicht schon eine Frau für mich in peto? Warum nicht? Hundert auf einmal, sprach Lapinski. Ich habe darin schon manchen braven Menschen geholfen, aus reinem Vergnügen an der Sache. Und weil ich, wie dir bekannt, in allem Ordnung liebe und halte, so habe ich mir zu diesem Zwecke ein genaues Lexikon aller unserer heiratsfähigen Damen angelegt. Wie, rief Kolthoff immer heiterer, ein Heiratslexikon. Hier, fuhr Lapinski fort, ein ziemlich voluminöses Notizbuch hervorsuchend. Da hast du es. Du findest sie alle beisammen, unsere schönen, jede mit genauer Personenbeschreibung sowie Angabe ihres Vermögens, Charakters, Vorlebens und anderweitiger Verhältnisse. Das ist in der Tat kostbar, lachte Kolthoff, lass also sehen. Und die beiden munteren Offiziere begannen, das Heiratslexikon zu studieren. Ich wäre dafür, alphabetisch vorzugehen, begann Lapinski nach einer Pause. Versuche bei der ersten dein Glück und bekommst du einen Korb, so belagere die zweite und sofort von A bis Z. Das wäre doch zu leichtsinnig, meinte Kolthoff. Ich bin meinetwegen bereit, meinen Nacken dem Pantoffel einer Frau zu beugen. Aber es muss ein Pantoffel sein. Eine Frau, wollte ich sagen, welche ich liebe. Wie ist also dein Geschmack? Blond, braun, schwarz? Vor allem lege ich auf bescheidenes Wesen Wert. Dann erschieße dich auf der Stelle, rief Lapinski, im Reiche und am Hofe der nordischen Semiramis Katharina der Zweiten. Ein bescheidenes Weib. Weißt du nicht, dass unsere besten Frauen von dem Beispiel oben verführt, mindestens Amazonen und Blaustrümpfe sind? Was also tun? Wenn du schon zu gewissenhaft bist, alphabetisch vorzugehen, so lass das Fatum entscheiden, meinte der übermütige Kamerad. Wie? Wie? Ganz einfach. Wir machen es wie die Araber, wenn sie ihren Koran um Rat fragen. Wir stechen mit einer Nadel in mein Lexikon und dort, wo die Spitze haften bleibt, dort hast du deine Braut zu suchen. Gut. Lapinski nahm hierauf eine Nadel und verfuhr ganz in der Weise und mit dem Ernste orientalischer Fatalisten. Dann schlug er das durchstoßene Notizbuch auf. Du hast ungeheures Glück, sagte er, nachdem er den Stich aufgesucht und geprüft. Dein Schicksal führt dich zu der zugleich schönsten und reichsten Dame meines Verzeichnisses. Lass sehen, rief Kolthoff erregt. Lubiner Fürstin Menchikow, Lars Lapinski, Witwe des Fürsten Ivan, 23 Jahre alt, hohe, imposante Gestalt, schlank, herrliche Formen, stolze, schöne Gesichtszüge, schwarzes Haar, schwarze, feurige Augen, tiefe Altstimme, Charakter fest und verlässlich, Wesen gebieterisch, aber liebenswürdig und anmutig, viel Geist, große Bildung, besitzt ein Vermögen von zwei Millionen Rubel, vollkommen frei und unverschuldet, ist ihren Verwandten gegenüber vollkommen selbstständig, ihr Ruf, sowohl in der Ehe als seitdem der beste, besondere Bemerkung, gilt als Männerfeindin. Dient sie nicht in der Armee? fragte Kolthoff. Warte, richtig, ja, sie dient im Regimente Simbirsk und hat den Rang eines Majors. Das kommt ungelegen, meinte Kolthoff. Weshalb? Unsere Amazonen tragen ja sämtlich Offizierspaletten, die Gräfin Ivan Saltikow, Frau Samarin, Fräulein Sophie Narischkin und viele andere und Frau von Melin kommandiert sogar ein Regiment. Aber ich bitte dich, rief Kolthoff, wie soll ich es anfangen, meinem Vorgesetzten eine Liebeserklärung und einen Heiratsantrag zu machen? Ich weiß nichts davon, dass dies gegen das Reglement wäre, entgegnete Lapinski. Zu deinem Glücke hat Peter der Große nicht im Entferntesten daran gedacht, dass es Leutnants in Reifröcken und einen Major geben könnte, welcher der medizäischen Venus Konkurrenz macht. Also fasse dir ein Herz, es wird dich nicht den Kopf kosten. Beziehe jetzt ruhig dein Biwak und morgen beginnen wir die Operation. Das heißt, der Herr Leutnant der Preobraschenskischen Garde wird anfangen, dem Herrn Major des Regiments Simbirsk den Hof zu machen. Und wenn mich der schöne Major für meine Kühnheit in den Arrest schickt, lachte Kolthoff, dann tröstest du dich damit, erwiderte der Kamerad, dass Amor dein Profos ist. Es war gegen Mittag, als Kolthoff am nächsten Tage von seinem Freunde aufgepoltert wurde, welcher in rosigster Laune den Schnurrbart unternehmend aufgedreht, mit den großen Spuren klirrend bei ihm eintrat. Zu den Waffen, schrie Lapinski, auf den Feind, der Krieg beginnt zu den Waffen. Und zu gleicher Zeit stellte er sich vor den Nachttisch und begann mit den Fäusten auf demselben Rewey zu trommeln. Kolthoff, der Selbstmörder, dehnte sich behaglich in seinem Bette und gehnte. Was drängst du so? sprach er langsam gedehnt. Wir haben ja nichts zu versäumen. Wir haben sehr viel zu versäumen, rief der Kamerad. Du vergisst, dass ich nur vier Wochen Zeit habe, um dich zu verheiraten, mein Geliebter, und dann, wenn es nicht gelungen ist, bist du toll genug, deinem kostbaren Leben ein Ende zu machen. Also, zu den Waffen, umso mehr als dies die Stunde ist, wo die Fürstin Lubina Menchikow nach den übereinstimmenden Berichten meiner Spione auf der Terrasse ihres Palastes die Morgenschokolade nimmt. Du hast schon Spione? murmelte Kolthoff erstaunt, indem er sich anzukleiden begann. Spione, gute Spione, sind für eine geschickte und erfolgreiche Kriegsführung unentbehrlich, antwortete Labinski. Man muss über die Aufstellung und die Bewegungen des Feindes stets auf das Genaueste unterrichtet sein. um danach seine Dispositionen treffen zu können. Der junge, lustige Offizier blickte auf seine Uhr. Es fehlt eine Viertelstunde zu zwölf. Genau vor 15 Minuten ist unsere Göttin erwacht. In weiteren 15 Minuten wird sie ihre Morgentoilette beendet haben und schlag zwölf Uhr auf die Terrasse hinaustreten. Also, beeile dich! In wenigen Minuten war Kolthoff fertig und die beiden Freunde durchschritten ein französisches Kriegslied der Zopfzeit trellernd die Straße, welche zu dem Palaste der Fürstin Menschikow führte, aber sie näherten sich dieser feindlichen Festung, wie Labinski das in schönem Renaissance-Stil erbaute, von einem weitläufigen Parke, im Geschmack von Versailles, umgebene Gebäude nannte, von rückwärts, durch ein schmutziges Gässchen, das längst der Gartenmauer lief. Kein Mensch in der Nähe, sprach Labinski, lass uns somit vor allem rekognoszieren. Kolthoff stellte sich auf seine Anordnung an die Mauer des Parkes und sein Kamerad schwang sich auf seine Schultern und blickte hinein. Auch im Garten ist alles still, meldete er, und weite nichts zu entdecken. Wir können es also wagen, einzudringen. Ohne weiteres schwang sich Labinski hierauf, von der Schulter seines Freundes auf die Mauer und von dieser, mithilfe eines Astes, auf einen nahestehenden Nussbaum, von welchem er sich rasch zur Erde herabgleiten ließ. Warte! ertönte seine Stimme von innen. Ich will sehen, ob ich keine Bresche entdecke. Die Bresche fand sich nicht, aber dafür eine Gartenleiter, welche vor einer halbgestutzten Tarushecke aufgespreizt stand. Labinski bemächtigte sich ihrer und schob sie über die Mauer. Drüben wurde sie von Kolthoff aufgefangen, der wenige Sekunden danach auf der Mauer erschien und die Leiter an sich zog, um dann bequem auf ihren Sprossen in den Garten hinabzusteigen. Die beiden Freunde näherten sich nun durch die langen, parallel laufenden Hecken verdeckt dem Palaste, von dem eine geräumige Terrasse mit breiten Stufen gegen den Garten ablief. Sie verbargen sich hinter einem großen Boskett rote Rosen, etwa 50 Schritte von derselben entfernt. Auf der Terrasse stand zwischen schlechten, geschmacklosen Statuen der Venus und des Liebesgottes ein kleines Tischchen für eine Person gedeckt und vor demselben ein samtener Armstuhl und ein Fußschemel von gleichem Stoffe. Nicht lange und ein Diener in gestickter Livree nach französischem Schnitte erschien und brachte auf einem silbernen Brett die Schokolade, während ein Zweiter die Flügeltüren weit öffnete. Eine Dame trat mit raschen Schritten in stolzer gebieterischer Haltung heraus. Nach der Beschreibung des Heiratslexikons seines Kameraden konnte Koltov keinen Augenblick zweifeln, dass es die Fürstin Lubina Menschikow war. Aber die lebendige Erscheinung wirkte ganz anders als das tote Wort. Koltov war in der ersten Sekunde von der jugendlich majestätischen Gestalt, dem feinen, geistvollen Gesichte, den großen, blitzenden, schwarzen Augen der schönen Amazone überrascht, in der zweiten geblendet, in der dritten bis zum Wahnsinn verliebt. Die Fürstin trug ihr dunkles, nur ganz leicht gepudertes Haar in einem großen, von einem hellroten Bande zusammengehaltenen Knoten über dem duftigen, weißen Spitzeneglischee einen Schafpelz von rotem Atlas mit reichem Hermelin-Besatz nach damaliger Mode in der Taille knapp anschließend und dann in reichen Falten sich einbauschend bis zu der Schleppe, welche weit zurückfloss. Ohne, dass sie nur im geringsten ahnte, man beobachte sie, benahm sie sich doch bei ihrem Frühstück mit der ganzen koketten Anmut einer Rokoko-Dame, so, dass der junge Leutnant von der Priopraschenskischen Garde nahe daran war, alle Subordinationen beiseite zu setzen und dem verführerischen Major vom Regimente Simbirsk-Gladwig zu Füßen zu stürzen. Nun, wie gefällt dir deine Braut? fragte Lapinski im Flüstertone. Du hast mich hierher geführt, erwiderte Koltow, nur um mich noch unglücklicher zu machen. Wie soll ich nur eine Sekunde hoffen, dieses herrliche Weib, diese Gottheit mein zu nennen? Wo soll ich den Mut hernehmen, mich ihr zu nähen oder gar um ihre Hand zu werben? Sehr gut, ausgezeichnet, sprach leise sein Freund. Du bist verliebt, ja, du brennst lichterloh, wie ich sehe. Alles nach Wunsch. Wie? Lass mich nur manövrieren. Was hast du vor? Du musst ihr eine Liebeserklärung machen, fuhr Lapinski fort. Ja, aber wie soll ich das anfangen? fragte Koltow ziemlich ratlos. Ich kann doch nicht hier. Ich denke nicht im entferntesten daran, entgegnete Lapinski. Indes hatte sich von dem Geräusche auf der Terrasse und dem Anblick der Fürstin angelockt, von dem Dache des Palastes herab, sowie aus allen Büschen und Ästen eine zahlreiche Gesellschaft von Sperlingen, Finken, Zeisigen, Stieglitzen um die schöne Frau versammelt, welche ihr Brot zerpflückte und den schreienden und durcheinander flatternden kleinen Bettlern die Krummen desselben zuwarf. Genug, du wirst dich doch nie satt sehen, fuhr Lapinski fort, so reizend auch die Idylle gerade jetzt ist. Komm also, ich habe einen Plan, du wirst heute noch die Bekanntschaft der stolzen schönen machen. Was sage ich heute auf der Stelle? Die beiden Offiziere verließen hierauf ihr Versteck und den Park auf dem selben Wege, auf welchem sie denselben betreten hatten. Eine Stunde nach dem Frühstück pflegte die Fürstin Lubina Menchikow eine Spazierfahrt durch die Stadt zu machen und dann in der Kaserne ihres Regimentes den Bataillonsrapport entgegen zu nehmen und die dringendsten dienstlichen Angelegenheiten zu erledigen. Zugleich mit ihrer Äquipage waren diesmal die beiden Leutnants zur Stelle, welche sich indes darauf beschränkten, den Palast und das Fuhrwerk aus weiter Entfernung zu beobachten. Der Wagen der Fürstin im Rokoko-Stile war eine jener schwerfälligen Kriegsmaschinen, mit denen die eroberungslustigen Damen jener Tage zum Siege zogen. Auf vier hohen Rädern ruhte ein viereckiger, vergoldeter Kasten mit Glaswänden, welche die in demselben sitzende Dame von allen Seiten deutlich zu sehen gestatteten. Ein großer, dicker Kutscher in roter Livret mit großem, dickem Zopf und einer weißen Halsbinde, welche gleich einem Riesenschmetterling unter seinem Kinn saß, leitete die schönen Holsteiner Pferde mit großer Würde. Zwei Lakaien sprangen aus dem Palaste hervor, der eine riss den Schlag auf. Die Fürstin folgte raschen Schrittes in einer Uniform, welche weibliche und männliche Toilette geschmackvoll verbannt, über die hohen schwarzen Reitstiefel, an denen gewaltige Sporen saßen, fiel eine reichfaltige Samtnerube von dem Grün des russischen Soldatenkleides, welche, da sie von keinem Reifrock auseinander gespannt wurde, in natürlichen malerischen Falten fiel. Ein Überrock von gleichem Stoff und gleicher Farbe mit rotem Aufschlag umschloss Detailie. An dem schwarzen Lackgürtel hing der Stoßdegen. Auf dem weißen Toupet ruhte der mit weißem Federbesatz. Nun kaltes Blut und Geistes Gegenwart, sprach Lapinski. Die schöne Amazone war eben im Begriff ihre Handschuhe zuzuknöpfen, als ein Bettler, welcher bisher mit den Pferden schön getan hatte, sie um eine Gabe ansprach. Sie warf ihm eine Münze hin, stieg elastisch in den Wagen, der Lakai schloss den Schlag und der Wagen rollte davon. Die Pferde gingen im ruhigen stolzen Trabe aber nicht lange. Nach wenigen Schritten schon wurden sie unruhig, fielen in ein rascheres Tempo, begannen sich zu Bäumen, zu wieren und zeigten Lust durchzugehen. Der Kutscher riss sie mit aller Kraft zurück, aber ein neuer Anlauf, den die Pferde nahmen, warf ihn vom Kutschbock herab und in den Straßen kot. Die Pferde rasten vom Sitze auf und suchte das Fenster zu öffnen, vergebens. Der Pöbel schrie und lief dem Wagen nach, wodurch die Pferde nur noch scheuer wurden. Da, im entscheidenden Augenblick, stürzte sich Leutnant Kolthoff dem Gespann entgegen, warf sich den Pferden in die Zügel und brachte sie zum Stehen. Lapinski war in der nächsten Sekunde gleichfalls zur Stelle und fasste die und an den Händen blutend ohnmächtig geworden war, heraushob. Er trug sie auf seinen Armen in ihr Palais zurück und ließ sie auf einem Lehnstuhl, den die herbeigeeilte Dienerschaft im Torwege aufstellte, nieder. Während ihre Kammermädchen ihr mit Wasser und Essenzen Hilfe leisteten, lag der junge Offizier unbekümmert um die gaffende Umgebung vor ihr auf den Knien und bedeckte ihre Hände mit Küssen. Endlich schlug die Fürstin die Augen auf, sah Kolthoff lange und erstaunt an und fragte Was ist geschehen? Wo bin ich? Der junge Offizier erklärte ihr die Lage, in welcher sie sich befand, indes kam sie selbst vollkommen zur Besinnung und dankte ihrem Retter mit einigen abgebrochenen Worten, dann erhob sie sich und zog sich auf den Arm einer alten Amme gestützt in ihre Gemächer zurück. Kolthoff suchte seinen Freund auf, welcher ihn mit einem selbst gefälligen Lächeln erwartete. Nun, du dankst mir nicht einmal, begann er, habe ich meine Sache nicht gut gemacht? Kolthoff verstand seinen Kameraden nicht und sah ihn mit unzweideutigem Erstaunen an. Du, wie soll ich das verstehen? stammelte er endlich. Hältst du dich für so einen Glückspilz, erwiderte Lapinski, dass die fürstlich-Menschikowschen Pferde dir zuliebe aus eigenem Antriebe durchgehen, damit du die Ehre und das Vergnügen hast, ihre Gebieterin zu retten? Kolthoff war vollständig verblüfft. Also du hast? Aber wie? stotterte er. Hast du den alten Bettler bemerkt, welcher sich an den Pferden zu schaffen machte, während deine Göttin Einstieg? fragte Lapinski. Ja, nun? Der geriebene Bursche hat dem einen Gaul, mit dem ich übrigens das lebhafteste Bedauern fühle, einen brennenden Feuerschwamm in die Nüster gesteckt. In deinem Auftrag? schrie Kolthoff auf. Allerdings, damit du Gelegenheit habest, der Fürstin das Leben zu retten, entgegnete sein Kamerad mit vollkommener Seelenruhe. Du bist ja ein furchtbarer Mensch, rief Kolthoff. Bedenke, welches Unglück geschehen konnte. Ich habe keinerlei Bedenklichkeit, wo es das Glück, das Leben eines Freundes gilt, erwiderte Lapinski. Übrigens ist alles gut abgelaufen, wozu sich also jetzt über alle möglichen und unmöglichen Möglichkeiten den Kopf zerbrechen? Aber wenn die Fürstin tot geblieben wäre? Nun, so hätten wir sie beweint, entgegnete der leichtfertige Gardeleutnant und das Heiratslexikon von Neuem zu Rate gezogen. Aber sie ist vor der Hand nicht gestorben und der Schreck, den der Herr Major trotz seiner schönen Uniform und seinem Degen ausgestanden, wird ihm hoffentlich nicht schaden. Du bist jetzt auf das glänzendste bei der schönen Lubina eingeführt und ich kann es mir lebhaft vorstellen, wie sie jetzt aufgelöst auf ihrer Ottomane ruht und du ihr im Traume erscheinst, schön wie Adonis, stark und mutig wie Herkules, von bengalischen Flammen effektvoll beleuchtet. Kommen, Junge, trinken wir eine Flasche guten Weines. Ja, das wollen wir, stimmte Kolthoff bei, auf das Wohl der Fürstin. Was fällt dir ein, lachte Lapinski, auf jenen großen Unbekannten, der den Feuerschwamm entdeckt hat. Gegen Abend erschienen die beiden Offiziere in voller Parade in dem Palaste der Fürstin, um über das Befinden derselben Erkundigungen einzuziehen. Nachdem man ihnen darüber die beruhigendsten Versicherungen gegeben, traten sie den Rückweg an. Höre, begann Lapinski, Wir können uns doch nicht so ohne weiteres damit zufrieden geben, dass man uns mitteilt, die Fürstin sei so gut wie unversehrt und vollkommen wohl. Es ist anständig und klug, dass wir unserer Freude darüber, dass dieser Unfall keine ernsten Folgen gehabt hat, auf irgendeine Weise Ausdruck geben. Was hältst du von einer Serenade? Kolthoff brach in lautes Lachen aus. Eine Serenade? Ohne eine Kopeke im Sack zu haben? Warum nicht? Erwiderte sein ausgelassener Kamerad, seine Säcke umkehrend. Sieh mich an, ich besitze noch bare anderthalb Rubel und doch wollen wir allen Geldsäcken zum Trotz der Fürstin heute eine Serenade bringen, wie sie das kleine Weibchen gewiss noch nicht erlebt hat. Während Kolthoff noch den Kopf schüttelte, zählte Lapinski das Geld, ein und einen halben Rubel, in seine Hand und beauftragte ihn, Papiere in allen Farben, Öl und Unschlittkerzen einzukaufen. Er selbst nahm es auf sich, die Musik sowie ein preziöses Buket, wie er sich ausdrückte, herbeizuschaffen. Ich fange an zu glauben, dass du mit dem Teufel im Bunde bist, meinte Kolthoff. Allerdings, erwiderte Lapinski, und zwar mit einem armen, aber lustigen Teufel. Damit trennten sich die Freunde. Nach einer Stunde trafen sie, wie es Lapinski angeordnet hatte, in der Kaserne der Priobraschenskischen Garde zusammen, Lapinski mit einem riesigen Bouquet, dessen Zusammenstellung zwar viel zu wünschen übrig ließ, das aber nichtsdestoweniger durch die Seltenheit seiner Blumen und die Pracht seiner Farben imponierte. Wie kommst du dazu? fragte Kolthoff, während er den schweren Strauß in der Hand hielt und bewundernd betrachtete. Auf die billigste Weise von der Welt, erwiderte Lapinski, ich stieg auf dem bekannten Wege in den Garten der Fürstin und band dort höchst eigenhändig das Bouquet. Du hast also die Blumen gestohlen? Nehmen wir an, es wäre so, erwiderte der wenig bedenkliche Kamerad. So geschah es nur, um sie der Eigentümerin wieder in kürzester Zeit zurückzustellen. Du bist unverbesserlich, meinte Kolthoff. Lapinski hatte indes bei sämtlichen Wäscherinnen des Regiments die Wäschestangen requiriert und jetzt begannen seine Soldaten unter seiner Anleitung aus den von Kolthoff eingekauften Kerzen und dem in Öl getränkten farbigen Papiere Lampions zu verfertigen und auf den Stangen zu befestigen. Das Ganze ging so militärisch rasch und genau vor sich, das mit eingetretener Dunkelheit der Abmarsch beginnen konnte. Vorne gingen Soldaten mit brennenden Lampen in allen Farben, dann folgten in einem Spalier von Lampions die beiden Offiziere, Kolthoff mit dem Bouquet und hinter ihnen sämtliche kleine Tamburs und Pfeifer der preopraschenskischen Garde in voller Pracht. Frisch gepudert mit steifen Zöpfen. Den Zug schlossen wieder Soldaten mit Lampions. Zahlenreiche Gaffer folgten. Als man vor dem Palaste der Först den Halt machte, war bereits eine unabsehbare Menschenmenge versammelt. Lapinski stellte seine Leute in ein Carré, welches von den farbigen Lampions umgeben gar nicht übel aussah und postierte sich mit Kolthoff unmittelbar vor der Front desselben, dem Balkon des schönen weiblichen Majons gegenüber. Als alles bereit war, hob er den Rohrstock, welchen damals jeder Offizier trug und die Tambours eröffneten die seltsame echt soldatische Serenade mit einem höllischen Wirbel. Dann fielen die Pfeiffer ein und alle zusammen spielten nunmehr den originellen zierlich pedantischen Marsch, nach welchem die Rokoko-Soldaten damals marschierten und der auch damals bei Gassenlaufen üblich war. Es währte nicht lange, so klang die Glastür des Balkons und die schöne Lubina trat heraus, im Weiß-Nacht-Gewande eine Samtmantille umgeworfen. Sie blickte sichtlich erstaunt auf die Menge, die Tambours, die Offiziere. Erst als Kolthoff den Hut abnahm und mit einem kräftigen Wurf den riesigen Blumenstrauß emporschleuderte, sodass er zu den Füßen der Fürstin niederfiel, erkannte diese den Retter ihres Lebens und verstand seine Absicht. Sie dankte mit artiger Verneigung, hob die Blumen auf und als die Tambours wieder ihren Wirbel schlugen, hielt sie sich die Ohren zu und brach in lautes Lachen aus. Lapinski gebot Ruhe. Die Fürstin dankte nochmals mit einem bezaubernden Lächeln und zog sich zurück. Wenig Augenblicke später erschien ein Kammerdiener, welcher in ihrem Namen die beiden Offiziere einlud, zu ihr zu kommen. Vorwärts, flüsterte Lapinski seinem strahlenden Kameraden zu, jetzt liegt alles in deiner Hand. Erkläre dich ihr auf der Stelle. Ich führe indes meine kleinen Helden nach Hause. Während die Serenade schwenkte und abmarschierte, wobei Lapinski noch tüchtig wirbeln ließ, stieg Koltov langsam bei jedem Treppenabsatz anhaltend und atemschöpfend die Stiege empor. Der Kammerdiener führte ihn durch eine Flucht herrlich eingerichteter Seele, schlug eine Portiere zurück und im nächsten Augenblick stand der junge Offizier der reizenden Frau gegenüber, mit ihr allein in einem Boudoir, wie es nur jene Zeit so kokett und sinnverwehrend einzurichten verstand. Die Fürstin war so taktvoll nicht nach seinem Freunde zu fragen, sondern lud Koltov mit der anmutigsten Handbewegung und dem liebenswürdigsten Lächeln als verstehe sich ihr Tett a Tett von selbst ein, neben ihr auf dem echt türkischen Divan Platz zu nehmen. Vergeben sie, begann Koltov Fürstin, die armselige Art und Weise, in der ich meiner Freude über ihre Rettung aus einer so ernsten Gefahr Ausdruck gegeben habe, aber weshalb vergeben? unterbrach ihn die Fürstin. Es war eine echt militärische Serenade. Sie sind Aber ich bitte nochmals, nicht danach, meine Gefühle für sie zu beurteilen. Ich bin von ihren guten Gesinnungen gegen mich überzeugt, sagte die schöne Frau, indem sie ihre dunkle Samtmantelle fallen ließ und die Büste einer olympischen Göttin zeigte. Oh, ich wäre glücklich, wenn ich mein Blut für sie verspritzen, mein Leben für sie geben könnte, erwiderte Koltov leidenschaftlich erregt. Illusionen der aber sie wählen Worte, wie man sie nur einer Frau gegenüber gebraucht, welche man liebt. Und sie finden es recht traurig, dass ein armer Leutnant die Fürstin Menschikow zu lieben wagt? Traurig? Nein! Also lächerlich, rief Koltov. Noch weniger, erwiderte die schöne Frau mit den Spitzen ihres Desabi spielend. Zugleich zuckte ein mutwilliges Lächeln um ihre Mundwinkel. Aber sie lachen doch, rief Koltov vorwurfsvoll. Über ihre Zaghaftigkeit, erwiderte die kokette Rokoko Schöne, sie steht dem Soldaten schlecht an. Sie ermutigen mich also? Wozu? Sie zu lieben. Lieben sie mich denn? rief die Fürstin und schlug ein helles Lachen an. Aber jetzt lachen sie doch über den armen Leutnant, sagte Koltov bitter. Bei Gott nein, entgegnete die Fürstin auf einmal sehr ernst. Lachen sie nur, fuhr der junge Offizier fort, verspotten sie mich auf das Unbarmherzigste. Ich liebe sie dennoch und werde sie immer lieben. Ich bin glückselig, dass ich ihnen nun einmal sagen darf, wie sehr, wie unaussprechlich ich sie liebe, wenn sie mich auch auf der Stelle für immer aus ihrer Nähe verbannen. Wer sagt ihnen, dass ich dies tue, entgegnete die Fürstin, welche sich offenbar an der jugendlichen Glut des Leutnants ergötzte. Sie verbannen mich nicht, schrie Koltov auf. Die schöne Lubina legte den Finger auf den Mund, um vorerst den Ausbruch seiner Freude ein wenig zu mäßigen. Und als der hübsche Offizier noch einmal, noch dringender, aber leise fragte, schüttelte sie den Kopf. Oh, wie reizend, wie verheißend war dieses Kopfschütteln für Koltov. Sie lieben mich also wieder, fragte er, von der Liebenswürdigkeit seines Vorgesetzten des Majors vom Regimente Simbirsk fortgerissen. Das habe ich nicht gesagt, beeilte sich Lubina, seine Hoffnung kokett vernichtend einzufallen, aber sie lächelte wieder mit ihrem bezaubernden Lächeln. Ich erlaube ihnen, mich zu lieben. Und sie erlauben mir, um ihre Gunst, um ihre Hand zu werben, rief der von neuem entflammte Leutnant. Wie kühn auf einmal, sagte die Fürstin. Sie verbieten es mir wenigstens nicht, drängte Koltov ihre kleine Hand ergreifend, welche sich vergebens in die weißen Spitzenwellen zu retten suchte. Nein, nein, lachte Koltov zu ihren Füßen und küsste ihre Hände und die schöne Rokoko-Dame wurde auffallend rot, trotz der weißen und roten Schminke, mit der ihr Gesicht bemalt war. Einige Tage später, an einem warmen Sommernachmittag, gingen die Fürstin und Koltov in einer schmalen Allee des Menschikowschen Parks durch die dichte grüne Taruswand, vor der Sonne geschützt, auf und ab. Nicht, sondern schienen damit beschäftigt, mit ihren Blicken den Faltern zu folgen, welche paarweise über die Spaliere herein und hinaus flogen und hier und da sich auf der Erde niederlassend ihre farbenprächtigen Flügel auseinanderspannten. Endlich schlug die schöne Lubina einen Seitenweg ein und sie kamen zu einem reizenden Plätzchen einer massiven Steinbank, von den Zweigen einer alten Eiche beschattet, Einbrunnen plätscherte und hinter der riesigen Marmormuschel, in welcher derselbe sein helles schäumendes Wasser warf, stand eine von einem Italiener der Antike fein nachgebildete Gruppe, Venus und Adonis. Kolthoff heftete seine Augen mit einem so seltsamen Ausdruck auf diese Gruppe, dass Lubina ihn leicht mit dem Fächer treffend fragte, ob er die marmorne Dame schöner finde als sie. Kolthoff gab keine Antwort, nach einer kleinen Weile seufzte er aber und sprach, glauben sie nicht, dass die Menschen damals weit glücklicher waren als jetzt? Sie meinen, weil die schönen Göttinnen des Olymps damals zu den Sterblichen herabstiegen? Nein, weil sie lieben konnten, sprach Kolthoff, es ist, als hätten Korsett und Reifrock alle natürlichen Empfindungen erstickt. Warum gerade Korsett und Reifrock? fiel die Fürstin ein, glauben sie, dass das Schabot und der Zopf dem Herzen freieren Spielraum lassen? Der Leutnant zuckte die Achseln, ihm schien es doch, dass er außerordentlich Liebe und darin den verliebten Heron des Altertums in nichts nachgebe, aber die Fürstin war anderer Ansicht. Sie glauben mich zu lieben, sprach sie, aber was ist das, was sie da empfinden? Ein wenig Einbildung, ein wenig Eigensinn und sehr viel Eitelkeit. Heutzutage liebt man nicht mehr, sondern hat Liaisons und nicht das Herz, nicht die Leidenschaft sind es, welche diese zarten Bande knüpfen, nur die Langeweile. Und was hätte diesen Umschwung in der menschlichen Natur hervorgebracht? Die Philosophie, erwiderte die Rokokodame, wir denken zu viel über unsere Gefühle nach, als dass dieselben tiefe Wurzeln fassen könnten und wir haben Ideale, welche uns die Freude an der Wirklichkeit verderben und wäre die Letztere noch so schön, noch so lachend. Bleiben wir gleich bei mir selbst stehen. Sie haben mir gleich im ersten Augenblicke, als ich nach jenem Unfall zur Besinnung kam und sie vor mir knien sah, sehr wohl gefallen. Koltov errötete und blickte verschämt zu Boden. Sie gefielen mir an jenem Abend, wo sie mir nach der originellen Serenade ihre Liebe gestanden, fuhr Lubina fort, beinahe noch besser und jetzt? Jetzt finden sie mich bereits unausstehlich, rief Koltov. Nein, erwiderte die Fürstin mit ihrem Fächer und jedem einzelnen Wort tändelnd, jetzt glaube ich sogar, dass ich sie liebe. Sie lieben mich, schrie der junge Offizier auf, und so heftig zwar, dass ein kleines Rotkehlchen, das vom Rande des Passars aus neugierig mit seinen Edelsteinaugen das Paar betrachtet hatte, erschreckt Aufflug. Es scheint, sagte die Fürstin, oder was soll es bedeuten, dass mein Herz so heftig klopft, wenn sie eintreten und auch dann, wenn sie bei mir sind, lange noch? Entscheiden sie selbst! Und die kokette Schöne nahm die Hand des jungen Offiziers und legte sie auf ihr Herz. In der Tat, stammelte Koltov, nun denn, nehmen wir an, dass ich sie liebe, fuhr Lubina fort, wie lange werde ich sie lieben? Ich bin so unglücklich, ein sehr hohes männliches Ideal in meiner Seele zu tragen. Begegnet mir nun ein Mann im Leben, der durch einen oder den anderen oder mehrere jener Vorzüge, welche ich von einem echten Manne unzertrennlich halte, meine Fantasie erregt, so meine ich, ihn zu lieben. Ja, ich liebe ihn vielleicht wirklich. Ich bin begeistert von ihm, ich könnte all die Torheiten eines jungen Mädchens begehen, bis bei fortgesetzter und schärferer Betrachtung an meinem glänzenden Monde die Flecken hervortreten. Wie? Bis ich jene dunklen Stellen entdecke, welche jeder Mensch in seinem Wesen hat, fuhr die schöne Frau fort, denn ich sehe plötzlich, wie weit der Mann, den ich liebe, von dem Manne entfernt ist, den ich mir träumte, und ich bin enttäuscht, meine Neigung ist entwurzelt, ich habe kaum Mitleid, wo ich vor kurzem noch Bewunderung hatte. Das ist aber recht traurig, sagte Kolthoff, eigentlich wusste er aber weder, was er von der Fürstin denken, noch was er sagen sollte. Sie sehen also, fuhr diese fort, dass ich Unrecht begehe, Unrecht an mir und wenn ich eine neue Ehe eingehe. Und wie ist das männliche Ideal beschaffen, das ihnen vorschwebt, fragte Kolthoff nach einer kleinen Pause. Der Mann, den ich liebe, dem ich gehören soll, erwiderte Lubina, muss alle Vorzüge des Körpers mit jenen des Geistes vereinigen. Er muss zu gleicher Zeit ein vollkommener Kavalier, ein tapferer Soldat und ein Philosoph von nicht gewöhnlichem Geiste sein. Sie verlangen viel, stammelte der junge Leutnant, ihn erschreckte vorzüglich die Philosophie. Gewiss finden sich alle diese Eigenschaften selten vereinigt, sagte Lubina, ja vielleicht nie. Voltaire ist hässlich wie ein Affe und Moritz von Sachsen hat die Logik eines Korporals. Aber wenn dies wirklich so ist, bin ich, wenn mein Geist in höheren Regionen schwebt, verpflichtet, statt meiner göttlichen Träume mit der gemeinen Wirklichkeit Vorlieb zu nehmen, beklagen sie mich. Die Fürstin versank in Nachdenken. Werde ich je mein Ideal finden, sprach sie nach einiger Zeit, den Blick ihrer dunklen seelenvollen Augen schwermütig in die Weite verloren. Kolthoff schwieg und er schwieg auch beharrlich, als die schöne Frau scheinbar unabsichtlich zuerst mit ihrer Fußspitze die Seine berührte, dann mit ihrem vollen warmen Arm seine Hand streifte. Eine seltsame Frau, dachte er, sollte sie wirklich unfähig sein zu lieben? Und die Fürstin, die Fürstin sagte zu sich, ein seltener Leutnant, er scheint zu viel in Plato gelesen zu haben. Kolthoff kam bald täglich zu der schönen Fürstin, ja, es gab Tage, wo er dienstfrei war und sich dafür von früh bis abends dem Dienste der launischen Göttin weite, und Lubina verfügte in der Tat über ihn, wie eine Olympierin über den Erdgeborenen, wie die Gebieterin über den Sklaven. Wenn sie ausritt, weiß Kolthoff, welcher ihr in den Sattel helfen, welcher sie begleiten musste, und das Reiten mit ihr war ein gefährliches Ding, denn sie setzte Kühen über Gräben und Hecken und andere Hindernisse, sodass der dienende Kavalier nicht selten in die Gefahr kam, das Genick oder doch mindestens Arm und Bein zu brechen. Im Parke wurde ein Schießstand eingerichtet, Lubina schoss mit ihrem Anbeter um die Wette und hier bewährte sich neuerdings, dass Amor blind ist, denn der gute Leutnant fehlte regelmäßig die Scheibe und all die schönen alten Bäume, welche dieselbe umgaben, trugen bereits die Spuren seiner Kugeln. Im Parterre des Palastes war ein kleiner Fechtsaal eingerichtet, in welchem sich die kühne Amazone und ihr Anbeter täglich auf der Mensur gegenüber standen. Lubina über dem weißen hoch geschürzten Gewande einen leichten Brustpanzer, beide mit Drahtmasken und großen Stulphandschuhen, das Floree in der Hand und dann, nachdem der Appell gegeben, gab es kaum etwas Reizenderes, als die schöne Frau, wenn sie mit Schlangen ähnlicher Behändigkeit die Stöße des Gegners auffing, zurücksprang und wieder zum Angriffe übergehend ihn bis an die Wand trieb, wo sie ihn gewöhnlich und ihm die Spitze ihrer Waffe zum Zeichen des Sieges auf die Brust setzte. Aber es blieb nicht bei diesen Körperübungen, bei denen der Offizier in seinem Elemente war, er musste die Amazone, welche sich, wie alle vornehmen Damen ihrer Zeit mit Philosophie, Naturwissenschaften, schöner Literatur, Geschichte beschäftigte, auch auf den geistigen Kampfplatz folgen. Und so eifrig Kolthoff war, in jenen Stunden, welche ihm seine Göttin freiließ, das Versäumte nachzuholen, seinen Kopf mit den Philosophiemen der Griechen, Römer und der französischen Enzyklopädisten zu füllen, sich mit den herrlichen Werken eines Homer und Virgil eines Horatz und Ovid, wenn auch nur in schlechten französischen Übersetzungen bekannt zu machen, die Modedichtungen Voltiers, Dideros, Lafontaines zu verschlingen, die Fürstin, welche mit einem, wenn auch sehr oberflächlichen, doch weitschweifenden Wissen, einen lebhaften weiblichen feinen Geist und eine große natürliche Beretsamkeit verbannt, bereitete ihm viel schwere Stunden. Er geriet endlich ganz in die Rolle eines Schülers, dem gelehrten Meister gegenüber und stellte sich zu den physikalischen Experimenten und den astronomischen Beobachtungen, bei denen er Lubina beistehen musste, so naiv an, dass die Fürstin sich an ihm noch mehr ergötzte, als an den erzielten wissenschaftlichen Ergebnissen. Eine griechische Rotunde auf einer großen Wiese ihres weitläufigen Parkes bildete das Studio der Fürstin. Es enthielt im Erdgeschoss einen chemischen Herd und alle die mysteriösen Anstalten der damaligen, noch mit der Alchemie Hand in Hand gehenden Chemie und Physik. In dem oberen Stockwerk befand sich eine große Bibliothek, zwischen deren hohen Fächerkästen, Globen, Büsten berühmter Männer der Wissenschaft und Tiergerippe aufgestellt waren. Das oberste Geschoss mit weit durchgebrochenen Fenstern und die Plattform dienten zu astronomischen Zwecken und wenn die Fürstin durch einen weiten schwarzen Samttalar und eine runde Samthaube vor der kalten Nachtluft geschützt, mit ihrem Adepten hier oben erschien und das Sternrohr zu richten begann, machte sie den Eindruck eines weiblichen Faust. Es schien aber der gelehrten Amazone bald nicht mehr zu genügen, dass ihr Anbeter sich ohne Groll von ihr entwaffnen ließ und ihr mit den Retorten und Quadranten zur Hand war. Er musste die Flöte blasen lernen, um sie zu begleiten, wenn sie auf dem Piano spielte. Er nahm auf ihr geheiß Tanzstunden bei einem Pariser Tanzmeister, welcher sich in Petersburg niedergelassen hatte und hatte die Aufgabe, täglich nach dem Essen, während seine Göttin in dem künstlich verdunkelten Zimmer ruhte, ihre Hunde spazieren zu führen. Endlich gab ihm Lubiner förmliche Proben auf, ganz wie die Damen der Troubadour und Minnesänger es zu tun pflegten. Sie hatte in ihrem Parke unter anderem einen großen braunen Beeren, welcher in einem weiten Zwinger verwahrt war. Derselbe war sehr jung in ihren Besitz gekommen und zeigte daher nur noch geringe Spuren von Wildheit. Immerhin war jedoch eine Unterhaltung unter vier Augen mit ihm ein Waagestück. Lubiner verlangte also eines Morgens mit dem liebenswürdigsten Lächeln von der Welt von ihrem Anbeter er möchte in den Käfig des Beeren steigen und den drolligen braunen Gesellen nach der damaligen Mode frisieren. Kolthoff war im ersten Augenblick starr, aber er besann sich nicht lange und gehorchte. Zu seinem Glücke stand er seit langem schon, ohne dass seine grausame Herrin es wusste, mit dem Beeren auf gutem Fuße. Er brachte ihm täglich Obst und Honig Scheiben, welche derselbe mit einem artigen Knurren und Brummen entgegen nahm. Auch diesmal führte der Gardeleutnant derlei Leckereien bei sich und nachdem er noch zwei Pistolen und ein persisches Jagdmesser zu sich gesteckt und sich mit Kamm, Bürste, Pomat und Puder versehen hatte, ließ er sich von dem Gärtner den Zwinger aufschließen und trat in das Gefängnis seines gefährlichen Freundes. Während die schöne Lubina vor dem Gitter stehend mit einem seltsamen halb neugierigen halb schauerlichen Reiz die eigentümliche Szene beobachtete. Der Bär blieb anfangs vollkommen gleichgültig. Er ließ seinen mächtigen Kopf auf den Vordertatzen ruhen und blinzelte nur mit den kleinen Augen nach rechts und links. Koltov rief ihn mit starker Stimme an. Er rührte sich nicht. Hierauf warf der Kecke Leutnant etwas von seinem Obst in die Futterschüssel des Bären und schob sie ihm hin. Der Bär schnupperte, setzte sich auf und leckte an dem Obst. Plötzlich richtete er sich aber in seiner vollen, imponierenden Größe auf und wollte ein eigentümliches Gewinsel ausstoßend Koltov umarmen. Die Fürstin erschrak und schrie auf. Sie hielt ihren Anbeter für verloren. Der Bär hatte indes durchaus nichts Übles im Sinn. Der Geruch des Honigs, den Koltov bei sich führte, hatte ihn aus seiner süßen Ruhe geweckt und als er sich aufrichtend seinen Freund erkannte, versuchte er nach echt töppischer Bärenart denselben zu liebkosen. Koltov schob ihm rasch eine große Honig Scheibe in den Rachen, worauf sich der Bärartig niedersetzte und die Augen wie ein echtes Leckermaul schließend zu naschen begann. Nun war der Augenblick da, das kühne Wagnis auszuführen. Koltov besahm sich nicht lange, sondern nahm den zottigen Kumpan frisch in die Arbeit, er kämmte ihm, so gut es ging, mit Hilfe der Pomade das Kopfhaar zu einem Toupé zusammen und beeilte sich, so oft das Tier ungeduldig zu werden schien und ihm darüber brummend seine Bemerkungen machte, demselben eine neue süße duftende Honig Scheibe zuzuwerfen. In wenigen Augenblicken war der große Kopf des Bären dicht eingepudert, schneeweiß gleich dem eines Elegant und Koltov zog sich rasch auf den Fußspitzen zurück. Als sich die Tür des Zwingers hinter ihm schloss, atmete er auf. Das gefährliche Abenteuer war überstanden. Lubina überhäufte ihn mit schwärmerischen Lobeserhebungen, ihr Herz schien bezwungen, aber zur größten Überraschung des armen Leutnants gab sie ihm noch denselben Abend eine neue Prüfung auf. Sie haben mir einen so großen bewundernswürdigen Beweis von ihrer Kaltblütigkeit und ihrer Mute gegeben, sagte sie, dass es ihnen gewiss selbst erwünscht sein wird, mir nun auch eine Probe von ihrem Geiste und ihren Kenntnissen zu geben. Koltow erschrak, er fand keine Worte und verneigte sich stumm. Ich werde ihnen eine ihrer würdige Aufgabe stellen, fuhr die gelehrte Amazone fort. Schreiben sie ein Werk unter dem Titel Der Mensch und die Natur. Weisen sie in demselben alle Beziehungen nach, welche zwischen beiden bestehen. zeigen sie, inwieweit der Mensch von seiner großen Mutter abhängig ist, abhängig bleiben muss, worin er sich von ihr befreien, ja sogar über sie stellen und auf sie einen Einfluss gewinnen kann, aber ich vergesse, dass sie ja selbst es sind, welche uns über diese Materie ganz neue, ungeahnte Perspektiven eröffnen wird. Koltow hatte sich noch nie so unglücklich gefühlt, nie in seinem Leben, nicht einmal in jener Nacht, wo er sich erschießen wollte, als heute, wo er die schöne Fürstin Menschikow, als zukünftiger Verfasser des Buches der Mensch und die Natur verließ, wo sollte er die Ideen, wo die Kenntnisse, ja, wo nur das leere Papier zu diesem verwünschten Werke hernehmen. Er ließ sich den ganzen folgenden Tag im Palast der Menschikow nicht sehen, sondern irrte trübselig in den Straßen umher, sah auf der Wache dem Kartenspiel der Kameraden zu und schlich endlich zu seiner Tanzstunde. Und überall war es ihm, als ob ihn eine Stimme verfolge und ihm in das Ohr raune, der Mensch und die Natur. Und wie er bei der Manuette in der dritten Position stehend den ersten Geigenstrich seines Tanzmeisters, Monsieur Perdrix, erwartete, entfuhren ihm unwillkürlich die unseligen Worte, der Mensch und die Natur. Der kleine Franzose, welcher eben den Bogen erhoben hatte, setzte ab und sah den Leutnant erstaunt an. Der Mensch, der Mensch und die Natur, wiederholte er, was haben Sie damit? Bemitleiden Sie mich, erwiderte Kolthoff, ich soll ein Buch schreiben über diesen Gegenstand, ein philosophisches Werk in der Art der französischen Enzyklopedisten und habe keinen Dunst davon. Nün, so lassen Sie es bleiben, meinte der kleine Franzose. Aber es hängt mein Lebensglück, ja vielleicht mein Leben von diesem unseligen Buche ab, rief Kolthoff. Ihr Leben? entgegnete der Tanzmeister lächelnd. Ich schwöre es Ihnen, mein Leben, rief der Russe und dabei sah er so verzweifelt aus, dass der kleine Franzose dadurch überzeugt wurde und mit ihm auf Rettung zu sinnen begann. Als Kolthoff ihn zum Vertrauten gemacht und ihn in alle Umstände eingeweiht hatte, machte der kleine Franzose plötzlich einen Luftsprung und begann dann, seine alte verstimmte Geige mörderisch mit dem Bogen bearbeitend, in der Stube herumzutanzen und zwar alle nur denkbaren Schritte und Takte durcheinander. Dann schlug er eine Pirouette und sagte, vor dem erstaunten Kolthoff in einer graziösen Positur stehenbleibend, Ich rette Sie, ich schreibe Ihnen das Werk. Wie? schrie Kolthoff. Sie wollen herrlicher, goldener Monsieur Pedricks. Er umfasste den kleinen Mann, hob ihn in die Luft und sprang mit ihm herum. Nun, wie aber machen wir das? sagte der Leutnant, als er Monsieur Pedricks wieder der Erde zurückgegeben hatte. Denn ich für meinen Teil will lieber täglich zweimal den Bären frisieren und pudern, als eine Zeile daran schreiben. Wie? Wie ich das mache, junger Leonidas? schmunzelte der alte, durchtriebene Tanzmeister. Sie bekommen das Werk Parole d'Honneur, aber sie fragen mich nie, wie ich es gemacht habe. Es vergingen einige Wochen. Kolthoff kam gegen Abend stets nur für Augenblicke zu der Fürstin und war auch sonst wenig zu sehen. Er gab sich ganz die Miene, in seinen Studien vergraben zu sein. Indes war der Tanzmeister Monsieur Pedricks in der Tat in einem wahren Gebirge von Büchern vergraben. Er hatte alles, was an philosophischer und naturhistorischer Literatur in der Residenz Katharinas II. aufzutreiben war, um sich angehäuft und schrieb auf das Geratewohl in die Masse hineingreifend. Und bald den, bald jenen band, jetzt Aristoteles, jetzt Hippokrates, dann Voltaire, Casney, Baker und wieder einmal Aristoteles amputierend. Denn Abschreiben oder Bestehlen ist kein Wort für die mörderische, literarische Schlechterei, welche der Alte unter den Philosophen anrichtete. Und schrieb und las und schrieb wieder und hatte in nicht vier Wochen ein ganz stattliches Manuskript beisammen. Allerdings gehörte davon kein Gedanke, keine Phrase, kaum eine Wendung ihm. Aber er hatte mit der seinem Volke eigentümlichen Geschicklichkeit alles klar geordnet und, was nur in einer streng entwickelten akademischen Sprache wie die Seine, dem Halbgebildeten möglich war, in gutem, klarem, ja elegantem Französisch niedergeschrieben. Kolthoff war, als er das Manuskript las, auf dessen Titelblatt in schöner Frakturschrift die Worte Der Mensch und die Natur, ein philosophischer Versuch von J. Kolthoff, Leutnant in der Priobraschenskischen Garde, standen, von seinem eigenen Werke so begeistert, ja gerührt, dass er Tränen vergoss. Monsieur Perdrix, seinen Lebensretter nannte, ihn umarmte Küste, in fünf Kneipen schleppte, ihn jeder auf Kosten Lapinskis glänzend bewirtete und ihm endlich, gleichfalls aus Lapinskis Tasche, ein Honorar von zehn Rubeln, damals in der Tat eine stolze Summe, einhändigte. Lapinski, der von dem Menschen und der Natur kein Wort verstand, zeigte sich gleichfalls entzückt. Kolthoff konnte also mit dem Bewusstsein einer Leuchte der Wissenschaft vor die schöne Lubina treten. Noch denselben Abend las er die Schrift des Tanzmeisters, von der er jetzt schon selbst überzeugt war, dass es seine Schrift sei, der Fürstin vor, welche ihn von Zeit zu Zeit durch ein wie geistreich oder vortrefflich oder in der Tat ganz neu, vollkommen neu unterbrach, so dass er zuletzt mit gerechtem Stolz erfüllt ihr und sich selbst das Wort gab, bei diesem ersten Schritt, den er so bescheiden einen Versuch genannt hatte, nicht stehen zu bleiben, sondern zu seinem und seines Vaterlandes Ruhme auf dem so glücklich betretenen Pfade fortzuschreiten. Der Mensch und die Natur aber kam aus den Händen des schönen Majors in jene der Fürstin Daschkopf und wurde von dieser, der Zaharin, vorgelegt. Und Katharina II., dieses geniale Weib mit dem kühnen Blicke eines großen Mannes, las es. Sie las es und sagte, es enthält nichts Neues, aber es verrät umfassende Kenntnisse und ist sehr gut geschrieben. Damit war das Glück des jungen Offiziers gemacht. Einige Tage nach der kaiserlichen Lektüre erhielt er das Patent eines Kapitäns im Regimente Tobolsk, welches damals gleichfalls eine Dame, die schöne Amazonefrau von Melin, befehligte. Das Manuskript des französischen Tanzmeisters aber wurde auf Kosten der Petersburger Akademie gedruckt. Der Siegesjubel des philosophischen Offiziers wurde nur dadurch ein wenig getrübt, dass auch der Kapitän Kolthoff, der Verfasser des Buches, der Mensch und die Natur, die schöne Amazone mit nicht größerem Erfolg belagerte als der Leutnant Kolthoff, der Friseur des Bären. Die kokette Schöne wich mit ebenso viel Geschick als Ausdauer jeder Auseinandersetzung aus. Und endlich geschah es, dass Kolthoff eines Abends bei der liebenswürdigen Lubina einen anderen fand. Dieser andere war ein schöner Pole, Czartoryski, welcher den polnischen Gesandten nach Petersburg begleitet hatte. Er zeichnete sich durch die seiner Nation nächst der französischen eigentümliche Eleganz und Feinheit des Benehmens aus, hatte in Paris die Modeschriftsteller kennengelernt und verstand es über das physiokratische System und die Rechte des Menschen ebenso blendend zu sprechen wie über die Toilette der Marquise von Pompadour und die Einrichtungen des Hirschparks. Als er die Fürstin verließ, küsste er mit einem mehr liebenswürdigen als eheerbietigen Blick die Hand, und die Fürstin erwiderte diesen Blick mit einem Lächeln. Kolthoff, in dem längst alles wogte, begann zu fiebern. Kaum hatte der Pole das Gemach verlassen, so überhäufte er Lubina mit Vorwürfen, welche ihn ruhig, ja gleichgültig anhörte. Also dies ist ihr neues Ideal, rief der von Eifersucht entstellte, wütende Kapitän endlich. Sie sind in der Tat ein Mann von Geist, erwiderte die Fürstin. Sie erraten, was andere kaum ahnen. Sie haben mich in diesem Augenblicke über meine eigenen Gefühle aufgeklärt. Ja, dieser Pole ist mein Ideal. Für wie lange? unterbrach sie Kolthoff-Barsch. Es gab eine Zeit, wo sie ein anderes Ideal hatten. Jawohl, ein anderes, lispelte die Fürstin mit einem müden Lächeln. Ich habe schon viele Ideale gehabt. Kolthoff ging mit großen, ungeduldigen Schritten in dem duftigen Boudoir auf und ab, so dass sich die weißen Fenstervorhänge wie Segel aufblähten und die Porzellankinesen auf dem Kamin mit den großen Köpfen zu nicken begannen. Jetzt blieb er vor der übermütigen Frau, welche er gegen seinen Willen köstlich unterhielt, stehen und sprach sehr ernst, beinahe feierlich. Wir müssen zu einem Resultate kommen, Madame. Also kommen wir zu einem Resultate, spottete Lubina. Heute noch? Heute noch. Sie werden offen und ohne Rückhalt auf meine Fragen antworten. Ja. Offen und ohne Rückhalt. Offen und ohne Rückhalt. Lieben Sie mich noch, begann Kolthoff sein Verhör. Die Fürstin schwieg. Ich bitte um Antwort, rief Kolthoff schon etwas unartig. Lieben Sie mich noch. Wie soll ich darauf antworten, lispelte die Fürstin. Sie versprachen mir zu antworten, offen und ohne Rückhalt, fuhr Kolthoff vor Wut zitternd fort. Also antworten Sie. Die Fürstin zögerte noch immer. Lieben Sie mich noch, fragte Kolthoff immer heftiger. Ich weiß es nicht, erwiderte die Fürstin, die Achseln zuckend. Nun, vielleicht wissen Sie, ob Sie jenen Herrn lieben, schrie Kolthoff. Ich weiß es ebenso wenig, sagte die Fürstin. Jedenfalls scheine ich hier überflüssig zu sein, sprach Kolthoff und nahm seinen Hut. In demselben Augenblick sprang die Kokette auf und hielt ihn zurück. Sie dürfen nicht gehen, sprach sie ebenso stolz als dringend. Ich verbiete es Ihnen. Kolthoff stieß ein grobes, bäuerisches Gelächter aus und ging. Er war auf das Äußerste gebracht, da. Er war eben im Begriffe, die Türe hinter sich zu schließen, geschah, was er am wenigsten erwartet. Die Fürstin brach in Weinen aus, sank zu Boden und bekam Krämpfe. Kolthoff eilte ihr zu Hilfe. Er war von Neuem gefangen. Der Monat, welchen sich Lapinski zu seiner Verheiratung ausbedungen, war längst verflossen. Aber Kolthoff schien es nicht zu bemerken. Er dachte nicht im Entferntesten mehr daran, sich zu erschießen. Er kam täglich wie zuvor zu der Fürstin, war täglich nahe daran, vor Wut und Eifersucht zu ersticken, nahm jedes Mal seinen Hut, um für immer zu gehen und blieb jedes Mal von der schönen Kokette im neuen Netze gefangen. Er wäre nie in seinem Leben zu einem Ende gekommen, wenn nicht Lapinski, sein treuer Kamerad, neuerdings interveniert hätte. Es ist klar, dass die Fürstin dich liebt, sagte dieser eines Tages zu Kolthoff, der ihm seine Leiden klagte. Denn liebte sie dich nicht, so hätte sie längst den Polen genommen und dich gehen lassen. Denn du bist wahrhaftig weder so liebenswürdig noch so geistreich, wie du dir einbildest, trotz deines Werkes der Mensch und die Natur. Es kann also nicht bloß der Reiz deiner Unterhaltung sein, der dich ihr so wert macht, dass sie sofort Krämpfe bekommt, wenn du an das Desertieren denkst. Sie liebt dich, also benutze dein Heidenglück, dringe auf eine Entscheidung von ihrer Seite und wenn sie, wie ich erwarte, dich abweist, bleibe einmal wirklich aus, sei ein Mann, trotze nur eine Woche ihren Tränen, ihren Krämpfen, ihren Bitten, ihren Briefen und sie ist dein. Kolthoff ging noch denselben Abend an die Ausführung dessen, was ihm sein Freund so klar entwickelt hatte. Er nahm eine gewisse ernste, ja würdevolle Miene an und blieb anfangs so einsilbig, dass die Fürstin ihren Anbieter herzlich langweilig fand. Und als nicht einmal das wärmste Lob, das sie dem Polen spendete, ihn aus seiner Ruhe brachte, begann die schöne Frau zu gähnen und endlich mit ihrem Affen zu spielen. Dies muss ein Ende nehmen, begann der Kapitän ziemlich rau. Was muss ein Ende nehmen, erwiderte die Fürstin, welche mit Vergnügen Leben in die Situation kommen sah. Das Spiel, das sie treiben, sagte Kolthoff. Wer will mir verbieten, mit meinem Affen zu spielen, antwortete Lubina boshaft. Also ihr Affe bin ich, schrie Kolthoff auf. Wer spricht denn von Ihnen, unterbrach ihn die Fürstin mit einem kühlen Lächeln. Von wem sprechen wir denn? Von meinem Affen, diesem reizenden Tierchen hier, entgegnete Lubina, indem sie dasselbe zärtlich an ihre Brust schloss. Ich aber spreche von mir, begann Kolthoff von Neuem, von Ihnen, von uns. Ach, tun Sie das, lispelte Lubina, ich höre Sie so gern sprechen. Sie haben mir erlaubt, um Ihre Gunst, um Ihre Hand zu werben, fuhr der Kapitän fort. Ich bin heute gekommen, um mir eine Entscheidung über mein Schicksal zu holen, und ich werde nicht gehen, ohne dieselbe von Ihnen empfangen zu haben. Aber denken Sie doch, Kapitän, was die Leute sagen würden, wenn sie sich bei mir einlogierten, erwiderte Lubina spöttisch. Sie wollen mir also keine entscheidende Antwort geben? Nein, erwiderte die Fürstin, aber wenn Sie fortfahren, so zu schreien und zu poltern, werde ich mich erinnern, dass ich ihr Vorgesetzter bin. Auch das noch, stammelte Kolthoff, dem der Zorn den Atem nahm. Wissen Sie, dass Sie eine Kokette sind, eine herzlose Kokette? Möglich, erwiderte Lubina und begann zu lachen. Verspotten Sie mich nur, schrie der Kapitän außer sich. Sie sind, Sie sind doch mein und kein Mensch soll sie mir entreißen. Zugleich stürzte er auf seinen schönen Vorgesetzten los und schloss ihn in seine Arme. Die Fürstin schrie um Hilfe, während Kolthoff sie mit Küssen bedeckte, aber es kam ihr niemand zu Hilfe, als der kleine Affe, welcher seine Herrin in Gefahr sah, Kolthoff auf den Rücken sprang und ihn so lange biss und kratzte, bis der wahnsinnige Anbeter die Fürstin losließ und auf ihrem Befreier blutend den Degen in der Hand Jagd machte. Aber jetzt kam Lubina, ihrem Liebling, zu Hilfe. Mit voller Majestät trat sie dem Wütenden entgegen. Herr Kapitän, rief sie mit Kommandoton, ich befehle Ihnen sofort, Ihren Degen einzustecken. Und als Kolthoff, wenn auch sichtlich betroffen, nicht gleich Folge leistete, fuhr sie mit dem Fuße stampfend im Zorne fort. Wissen Sie, was Sie begehen? Das ist Insubordination. Ich sende Sie hiermit auf die Wache. Kolthoff wollte sich entschuldigen. Kein Wort, rief der schöne Major, geben Sie mir Ihren Degen. Kolthoff übergab der Geliebten seinen Degen, verneigte sich und ging. Nachdem Kolthoff volle 24 Stunden auf der Wache gewesen, erhielt er seinen Degen zurück. Die Fürstin begleitete diesen Akt mit keinerlei Kundgebung. Sie saß in ihrem Boudoir und lachte mehr als je und erwartete, ihren Anbeter sofort nach seiner Freilassung als reuigen Sünder vor sich zu sehen. Aber er kam nicht. Es verging ein Tag. Es vergingen zwei. Eine Woche. Kolthoff kam nicht. Der Major vom Regimente Simbirsk und der Kapitän vom Regimente Tobolsk trotzten miteinander, wie ein paar unartige Kinder. Kolthoff schweifte zu Fuß und zu Pferd ruhelos in der Wüstenlandschaft von Petersburg umher. Er schlief nicht. Er aß nicht. Er fühlte sich im höchsten Grade unglücklich. Aber er hatte sich geschworen, nie und nimmer den ersten Schritt zur Versöhnung mit der Fürstin zu tun. Und er blieb fest. Lupina Menschikow quälte ihre Kammerfrauen, ihre Soldaten, ihren Affen, ihre Hunde, vor allem sich selbst. Aber sie war zu stolz einzugestehen, dass sie zu weit gegangen war, dass sie mit Kolthoff ein kokettes Spiel getrieben und vor allem zu stolz einzugestehen, dass sie in Liebe, und das fühlte sie jetzt beinahe zu ihrer Beschämung täglich mehr, sie entbehrte ihn, sie sehnte sich nach ihm, sie weinte vor Zorn in ihre Kissen, aber sie brachte es doch nicht über sich, ihm zuerst die Hand zur Versöhnung zu bieten, so gern sie auch die Seinige ergriffen hätte. Da geschah es, dass eines Tages den Offizieren des Regimentes Tobolsk bei der Wachtparade von ihrem obersten Frau von Melin ein neuer Kamerad vorgestellt wurde, der Leutnant Sophia von Narischkin. Dieser neu geschaffene Leutnant war eines der reizendsten Mädchen der damaligen russischen Aristokratie. Auf dem Lande in der idyllischen Umgebung eines russischen Dörfchens, in den patriarchalischen Sitten russischer Landedelleute aufgewachsen, war Sophia von Narischkin, wie viele Frauen und Mädchen jener Tage, von der Erscheinung Katharinas geblendet. Durch eine abenteuerliche Fantasie, dem Kreise ihrer Familie der engen weiblichen Sphäre entdrückt, zur Amazone geworden, aber zur gleichen Zeit das unschuldige, gute, ehrbare Landmädchen geblieben, das mit aristokratischem Anstand und angeborenen Mutterwitz eine edle Einfalt der Gesinnung verbannt, welche damals an dem Hofe von Petersburg nicht weniger selten war als an jenem von Versailles. Man ist nie mehr geneigt, sich zu verlieben, als wenn man von einer Geliebten beleidigt, getäuscht oder verlassen worden ist. Kolthoff sah in sich ein Spielzeug, das die schöne Lubina zu ihrem Zeitvertreibe benutzt und dann weggeworfen hatte. Alles, was die Natur des Mannes ausmacht, empörte sich in ihm bei diesem Gedanken und es ist natürlich, dass er im ersten Augenblicke, wo er das schöne, hochgewachsene Mädchen mit den wunderbaren blauen Augen sah, es liebte und beinahe in dem Nächsten schon es demselben gestand. Der Eindruck, den der junge Kapitän auf Sophia machte, war auch kaum weniger günstig. Das kameradschaftliche Verhältnis erleichterte die Annäherung und so waren Kolthoff und Fräulein von Narischkin bald unzertrennlich und sie fanden es beide so natürlich, sich zu lieben, dass sie vollkommen darauf vergaßen, es sich zu sagen und sich über ihre Absichten für die Zukunft zu verständigen. Umso mehr beschäftigte sich die Welt mit denselben und man nannte Fräulein von Narischkin längst die Braut des Kapitäns Kolthoff. Ja, man bezeichnete schon den Hochzeitstag, ehe die Liebenden über den ersten Kuss hinaus waren. Das Gerücht drang natürlich auch zu der Fürstin Menschikow und die schöne Frau entdeckte plötzlich, dass sie den Mann, den sie so raffiniert auf die Probe gestellt, den sie selbst von sich gestoßen, mit der heftigsten Leidenschaft lebte. Sie verzehrte sich vor Eifersucht und war sofort entschlossen, alles aufzubieten, um ihn wieder zu ihren Füßen zurückzuführen. Er liebe sie noch immer, sagte sich ihre Eitelkeit, nur weil sie ihn so schlecht behandelt, habe er sich aus Verzweiflung in die Arme einer anderen geworfen. Welche Reize konnte das simple Landmädchen für ihn haben? Ein Wink von ihr, dem schönen, eleganten, geistvollen Weibe und er war ihr Sklave wie zuvor. Sie schrieb an ihn, indes noch immer hochmütig, wenige Zeilen nur, sie erlaube ihm zu kommen. Aber Kolthoff war unartig genug, von der Erlaubnis keinen Gebrauch zu machen. Sie schrieb ein zweites Mal, es klang schon wie Entschuldigung und als Kolthoff dennoch nicht kam, bat sie ihn um Vergebung und ersuchte ihn zu kommen. Kolthoff gab noch immer kein Lebenszeichen. Da war der Stolz der schönen Koketten gebrochen. Sie hatte den Mann, den sie liebte, dessen Besitz ihr zu ihrem Glücke unentbehrlich schien, für sich verloren und noch dazu verloren an eine andere, die ihn liebte und die ihr wieder liebte. Sie schrieb noch einmal, sie gestand ihre Liebe, sie verriet ihre Leidenschaft, ihre Eifersucht und sie flehte um eine Unterredung. Kolthoff erwiderte in ebenso höflicher wie entschiedener Weise, er habe der Förstin nichts zu sagen und nichts, was es auch sei, was sie ihm etwa mitzuteilen hätte, könne jetzt noch die Situation ändern. Wie sie über ihr Ideal längst enttäuscht sei, so sei er fern von seinen früheren Illusionen, fern davon, sie noch anzubeten. Er bitte sie also, auf die gewünschte Unterredung zu verzichten. Eine Laune des Zufalls wollte es indes, dass Kolthoff zwei Tage, nachdem die Fürstin seine Antwort empfangen, ihrer Karosse in einer engen Gasse begegnen musste, wo ein Ausweichen unmöglich war. Die Fürstin ließ halten und wartete nicht ab, bis der Lakai heruntersprang. Sie beeilte sich, den Schlag selbst zu öffnen und Kolthoff beide Hände entgegenzustrecken. Der Kapitän nahm sie jedoch nicht, sondern verneigte sich mit kalter Artigkeit und nachdem er sich über das Befinden der Fürstin beruhigt hatte, entfernte er sich rasch mit einem ebenso zeremoniellen Gruße. Die Fürstin aber warf sich in eine Ecke des goldverzierten Wagens und weinte. Dem kurzen russischen Herbst war ein strenger Winter gefolgt. Die nordische Kapitale hatte sich in ihren weißen Schneepelz gehüllt. Die armen Leibeigenen, die Kleinbürger rückten in ihrem Isbi und in den Brandweinschenken zusammen, die Reichen und Großen an den Kaminen ihrer Paläste. Konzerte wechselten mit Theatervorstellungen, Gesellschaften mit Bällen ab. Die Fürstin Lubina Menschikow schien ihren flüchtigen Anbeter vergessen zu haben und Kolthoff und Fräulein von Narischkin waren noch immer kein Brautpaar. Der Verfasser des Buches »Der Mensch und die Natur« hatte indes ein neues Buch, »Betrachtungen über die Fortschritte des menschlichen Geistes«, mit Hilfe des französischen Tanzmeisters Monsieur Patricks vom Stapel gelassen und damit die Aufmerksamkeit der Petersburger Büro d'Esprit und der Kaiserin Katharina II. in noch höhere Maße auf sich gezogen. Auf dem ersten Hofballe dieses Winters erschien er denn auch mit einem ganz neuen Bewusstsein, mit dem für einen kenntnisreichen und geistvollen Mann zu gelten, von der Gunst der Zarin wie von einer Glorie umgeben. Er verlor sich auch diesmal nicht wie sonst im glänzenden Schwarme der Kameraden, mit ihnen die Damen betrachtend, ihre Toiletten bewitzelnd und ihre Chronik rekapitulierend, sondern gesellte sich zu einigen gewiegten Diplomaten und gefeierten Gelehrten der Petersburger Akademie der Wissenschaften. Die Stirn in tiefe Falten gelegt hatte er sogar für Sophie von Narischkin, welche bald nach ihm eintrat, nur einen höflich kühlen Gruß und schien die Fürstin Menschikow, welche Stolz an ihm vorüberrauschte, nicht einmal zu bemerken. Im Gedränge fügte es sich, dass sich die beiden Nebenbuhlerinnen das erste Mal gegenüberstanden und feindselige Blicke wechselten. So prächtig, ja berauschend, die Erscheinung der Fürstin in ihrer schweren, weißen, mit Rosenbouquets in farbiger Stickerei bedeckten Robe ihrem blitzenden Diamantenschmuck war, so konnte Sophie doch den stechenden, drohenden Blick in ihren schwarzen Augen ruhig aushalten und spöttisch lächeln, denn sie war ja Siegerin und die Besiegte gestand es sich zu, dass dieses schlanke Mädchen mit den großen, treuen, naiv fragenden Augen bezaubernd war. Das kurze Tettatett der Damen wurde durch den Eintritt der Zarin unterbrochen. Alle Blicke wandten sich der schönen, genialen Monarchin zu, welche in natürlicher, ungezwungener Majestät durch den Saal schritt. Katharina II. war noch immer schön und sie verstand es wie keine andere Frau, sich immer so zu kleiden, dass ihre Schönheit zur siegreichsten Geltung kam. Sie trug ein feilchenblaues Samtkleid, dessen viereckiger, mit Hermelin besetzter Ausschnitt ihre herrliche Büste blendend hob. Streifen von Hermelin durch Kokarden desselben Pelzwerkes unterbrochen, liefen bis zu dem Saum des Gewandes, der breit mit Hermelin ausgeschlagen in reicher Schleppe zurückfloss. Das hoch aufgekämmte, schneeweiß gepuderte Haar trug eine kleine Nadel von Diamanten mit dem griechischen Kreuz zwischen den Löckchen, welche auf der Stirne niederfielen, zitterten einzelne Diamanten gleich Tränen. Die Kaiserin schien heute Abend in besonders guter Laune. Sie erwiderte die ehrfurchtsvollen, beinahe demütigen Grüße ihres Hofes mit huldreicher Herablassung, richtete ein reizendes Lächeln um den kleinen Mund mit den vollen Lippen an verschiedene Personen das Wort und begann endlich in liebenswürdig scherzendem Tone ein längeres Gespräch mit dem Zoologen Lagetschnikow, welcher zu gleicher Zeit eines der bekanntesten Mitglieder der Petersburger Akademie der Wissenschaften und der schönste Mann Russlands war. Das Orchester eröffnete den Ball, wie es damals im slawischen Osten Sitte war, mit einer Polonaise. Die Kaiserin nahm den Arm des Grafen Panin und schritt mit ihm an der Spitze der Kolonne. Der zweite Tanz war die Menüette. Die Fürstin Lubina Menschikow durch den Anblick ihrer Nebenbuhlerin und die Gleichgültigkeit Koltovs, welcher sie, die gefeierte Schöne, die stolze Herrin von viertausend Seelen zu übersehen wagte, auf das Äußerste aufgebracht und gereizt, griff jetzt zu dem letzten tyrannischen Mittel, um sich dem Manne zu nähern, der noch vor kurzem ihr unterwürfiger Sklave gewesen war. Sie machte von ihrem Rechte als Hofdame und Fürstin Gebrauch und befahl den Kapitän zum Tanz. Koltov aber beging das Unerhörte, nie Dagewesene, diesem Befehl nicht Folge zu leisten. Er entschuldigte sich bei dem Kammerherrn, welcher ihm denselben überbrachte, und tanzte mit Sophia Narischkin, welche an diesem Abende alle Damen des Hofes in den Schatten stellte und der Gegenstand allgemeiner Bewunderung war. Dies war zu viel! Das Orchester hatte nur wenige Takte der Menüette gespielt, als die Fürstin Menchikow, ihrer selbst nicht mehr mächtig, die Reihen der Tanzenden durchbrach, um Fräulein von Narischkin zu insultieren. Ich habe sie zum Tanze befohlen, Kapitän, sprach sie zuerst zu Koltov gewendet, und sie wagen es! Weiter kam sie nicht. Die Wut erstickte ihre Stimme. Ich gehorche einem früheren Befehl des Fräulein von Narischkin, erwiderte Koltov kalt. Ah, die Prinzessin muss also vor ihrer Dirne vor einer Landstreicherin zurückstehen, rief Lubina im höchsten Zorn. Sie vergessen sich, fiel Koltov ein, während Fräulein von Narischkin bis in die Lippen bleich der Fürstin entgegentrat. Ich verlange Genugtuung für diesen Schimpf, den ich nicht verdient habe, stammelte das brave, hochentröstete Mädchen. Da haben sie ihre Genugtuung, rief die Fürstin und vergaß sich so weit, dass sie den Fächer hob, um die Nebenbuhlerin zu schlagen. In demselben Augenblicke trennten die Umstehenden von der Handlungsweise Lubinas empört, die Streitenden, aber der öffentliche Skandal war fertig. Die Zarin befahl beiden Damen sofort, den Saal zu verlassen. Sie gehorchten. Die Fürstin wurde von dem Grafen Orloff zu ihrem Wagen gebracht, wo sie in konvulsivisches Weinen ausbrach. Fräulein von Narischkin hatte sich indes an dem Halse ihrer Mutter schluchzend mit dem naiven Ausdruck zu Koltov gewendet. Ich kann Ihnen nicht helfen, Sie müssen mich jetzt heiraten! Koltov außer sich vor Entzücken, Ort und Umgebung vergessend, schloss das schöne beleidigte Mädchen an seine Brust und Fräulein von Narischkin verließ den Winterpalast erst, nachdem sie den Kapitän als ihren Bräutigam vorgestellt hatte. Damit war aber die Sache nicht zu Ende. Am nächsten Tage sendete Fräulein von Narischkin ohne Wissen ihrer Eltern und ihres Bräutigams Frau Hedwig von Samarin zu der Fürstin Lubina Menchikow mit einer Herausforderung zum Zweikampfe und die Fürstin nahm dieselbe mit Vergnügen an. In der nächsten Stunde verhandelten die Sekundanten der beiden Teile, Frau Hedwig von Samarin, Offizier im Regimente Dobolsk und Gräfin Saltikow Major im Regimente der finnischen Schützen über die Bedingungen des Rencontres. Es wurde festgesetzt, dass die Waffen Pistolen sein sollten und die Gegner auf 30 Schritt Entfernung auf Kommando zu gleicher Zeit schießen, und zwar dreimal. Wenn sich in diesen drei Gängen keine Verwundung ergebe, so sei dadurch der Ehre Genüge geschehen und der Zweikampf als beendet anzusehen. Vielen Dank.